Joggernaut Achso, ja, hallo und willkommen. Gerade voll fast vergessen auf die Knauf zu drücken. Äh, die letzte Mission für heute. Und mit einem Joggernaut. Ja, mein Name ist Joggernaut. Errungenklar. Leck, Hardcore. Ja, egal. Das hier ist die erste Mission, wo man auf diese netten, gestehlern, äh, also diesen netten fetten Typen trifft. Fertig. Wo hinten auf der Hose steht, Kick me. Ja, und vorne Gätzer. Ejo. Leidst du überhaupt? Lern Englisch. Würde ich dir mal empfehlen. Du wusstest mal was du ziehst, ja. Ey, ich kam mir da schon mal drauf. Okay, du bist toll. Ich kam mir da schon mal drauf. Zwei. Toll. Kam schon mal auf dein Flugzeug drauf. Schön. Jetzt kommst du aber anscheinend nicht mehr drauf. Bin auch drauf. So. Ach, da ist der. Okay. Ich hab die Mission nicht schon im Singleplayer gehasst. Oh. M4 hat wieder diesen extremen Scope. Ja. Aber ich hab ja eine ACR, ne? Oh, okay. Ich glaub, ich glaub, ich glaub mir gleich auch einfach mal irgendeine Waffe. Von irgendeinem Typen. Ich glaub, ich glaub mir gleich auch einfach mal irgendeine Waffe von irgendeinem Typen. Ah, wie ungewohnt das aussieht. Ich hab noch über 100, äh, ne. Jetzt nicht mehr, jetzt hab ich noch 92 Reserveschuss und die sind schon in rot angezeigt. Voll ungewohnt. Was mit Vector? Will ich nicht. Da lehrt alle. Ah, da will ich wieder A12 und der Detank sind. Ah, you noob. Sterben wär mal angebracht. Das sind ja Shepherds Leute, ne? Ey. What? Erst recht töten. Ich hasse die. Ich hasse Shepherds Leute. Und Shepard. Also, wenn ich den nicht hab, dann weiß ich auch, dass es höchstens Ghost-Hater könnten gehen. Oh, ne. Jetzt kommt da gleich wieder ein Sackern oder? Ja. Hallo. Ah. 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 Pass auf. Er wirft eine Granate. Er wirft eine Granate. Der Baum ist aufgefallen. Ja. Äh, gewinnt. Ja man, das im Video wird das richtig geil aussehen, wie er den Hedgehog kassiert hat. Ich hab ihn nur nach oben geguckt. Jetzt bin ich stolz. Ja. Würdest du sagen? Sammeln. Würdest du nicht sagen? Vielleicht würdest du sagen? Was warst du? Ich glaube, keiner lässt irgendwie mal... Ich würde sagen, ich krach zum Flugzeug. Hallo. Achso, ja, schön. Da war ich auch schon mal. Irgendwie lässt keiner ACR-Munition fallen. Alle haben nur diese scheiß MGs. Oder SCAR. Schauen, dass vielleicht ein Juggernaut von hinten kommt, ne? Ich glaube, er wird erstmal von überall angeschlossen. Ich weiß nicht, ich störe das gar nicht. Ich hab wohl Angst, dass gleich der Juggernaut hinter uns steht. Ne, da steht nicht genau. Da kommt er unten. Wie tief. Leck, 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 leck. Boah, wieso leckt das so? Wird getroffen, ich brauche Hilfe. Was hast du getan wegen die lecktes? Juggernaut. Und ich hab keinen Dürr mehr. Das ist fies. Ich find's ja immer lustig, diese Juggernauts reden ja auch russisch, ne? ACR! Nein. Warte, worauf wartest du? Du battelst dich mit dem Juggernaut. Ich chill hier hinten, kill einfach mal schon alles. Ha, tot ist er. Die Sau. Echt? Ja, ey, das war grad wirklich voll schwer. Ich kann mit, ich weiß. Da ich dir geholfen hab, weiß ich ja. Du hast dich so serbe mit dem Juggernaut. Ja, ich, boah. Das war grad grad wirklich der Herr. Das war grad grad wirklich der Herr. Das ist der Kampf der ganzen Mission hier. Oh, coolen Spaß. Okay, Spaß. Oh, coolen Vektor. Ja, meine. Oh, I, ich will die mich haben. Was von mir ist. Oh, Hilfe, WTF. WTF? 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 Ich glaub, er hat auf mich abgesehen. Oh. Ich hab' mir Raketenwerfer. Ach, was. Er hat auf mich abgesehen. Oh. Keine Handgranaten mehr. WTF, ich hab' nur noch nen Schropflent. Hilft doch nicht gegen Jugger. Hier rüber! Geh' was los! Hier rüber! Blende ihn und knif' ihn und dann nehmen wir Raketenwerfer und knallen ihn damit ab. Oh, ich nehm' Raketenwerfer. Ah, Jugger. Appel, Punkt, 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 Punkt. Ah! Hast du ihn noch gekillt? Nö. So, egal. Haut da rein. Bis nächste Folge.